Robert Haas hat zum Beispiel das in Berlin mit einer Akribie zu übersetzen versucht, dass man ihm die Qual seines Stolperns und Scheiterns von Seminar oder von Arbeitssitzung zu Arbeitssitzung am Körper ablesen konnte. Ich erinnere mich noch gut, als er eines Tages triumphierte und er mit dem Wort das gestiefelte Sein einherkam. Ob sich das auf eine Übersetzung in Létourdie bezieht, weiß ich nicht mehr. Aber er sagte hunderte Male, und dann betonte er, Kondise, Subjonktiv und nicht Kondit, dass man sage, nicht dass man sagt. Ich weiß gar nicht, ist das Konditionell, Subjonktiv, aber ich glaube es war Subjonktiv, Kondise. Leider kann ich kein Französisch.